So meine lieben Freunde, kleine Ankündigung, Samstag der 14.3.2015 werde ich einen Stream machen ab 18 Uhr, ein paar Stunden und ja, unter allen Followern in zwei Wochen, weil ich dieses Knife verkaufen werde, mein Knife, dafür werde ich vier andere Knives kaufen, Flipknife und Gutknife und davon werde ich wahrscheinlich ein oder zwei verlosen, die ihr dann gewinnen könnt. Bedingung ist, dass ich dann auf einmal 100 Zuschauer habe, mindestens, auf einmal, damit ihr auch die Qualität runterdringen könnt, wenn ihr nicht so eine schnelle Internetleitung habt und ich sag euch immer noch Bescheid, wenn ich das Knife-Gewee mache, also erstmal am Samstag einen ganz normalen Stream, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch für Spiele wünscht und ja, ich liebe dieses Knife so, geil und die Cyrax lieb ich auch und die Case Hardnet auch ja, die AWP Boom ist gerade auf meinem anderen Account und ja ich würde mal sagen, hau da rein, wir sehen uns Samstag wieder ganz normalen Song-Request und so weiter ich wünsche euch noch einen schönen Tag bis Samstag und ich wünsche euch noch einen Tag und ich hoffe ja, Edge的話